Aber nicht wieder. Nicht mal ne Fackel. Nein! Müssen wir jetzt wieder da rumjumpen. Gibt's denn hier wenigstens Hebel irgendwo? Was ist das denn? Alter, ist das so düster. Uuuh. Wie haha. Nehmt den mal ha-ha-ha. Das wird, ja genau. Das wird vor allem unangenehm für die. Bin ich denn dagegen geflatscht? Hm. Sehr seltsam. Ah, drei von hier. Vier Hebeln wurden aber schon gefunden. Ihr seid überladen. Für was denn? Totem. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Äh, hallo? Hallo? Bring noch ein paar mit. Dankeschön. Echt sehr nett. Ja, ich würde gerne, aber... Da ist doch Käse hier. Hallo? Ich will da rüber. Mann. Ah, ist tot. Alles klar. Dankeschön. Sehr nett. Echt sehr nett. Das Misting hat wohl den Schatz verschluckt. Kein Wunder, was er so gereizt war. Aua. Aua. Äh. Das läuft. Einwandfrei. Super, Mensch. Super. Und nun? Nicht der Rede wert, klar. Ich bin nur fünfmal gestorben, aber hey, lass stecken, Junge. Wo muss ich denn hin? Da, ne? Toll. Ist voll gelohnt. Na ja. Ja. Aua. Wir haben es mal gesehen. Ey, wo ist Stocken-Duster? Aber bin ich nicht einmal in diese Falle rein, ja? Bei Licht immer. Nicht hier. Ach so. Aber... Das hat trotzdem nicht geholfen bei der Frage, kommen wir da hoch? Was ist das denn? Vielleicht da? Das können wir nochmal gucken. Oh. Oh, oh. Zwergen-Schlüsse. Das hatten wir ja schon länger nicht mehr. Na gut, das ist eine Quest hier. Die können wir eigentlich mal machen. Ich weiß nicht mehr. Bapo. Was ist das? Fal-Wallu? Wieso bin ich nur so voll? Toll, oh super, naja gut, das können wir vielleicht, ja. Einen Platz frei gekriegt. Und wer gewinnt? Zicky, GZ. Ein Eisbeutel. Geflügelfleisch. Hatte ich gestern. Jetzt darf ich hier, da habe ich aber keinen Bock drauf, warte mal. Ich muss echt unbedingt mal irgendwie... Prost, hä? Es gibt doch bestimmt viele Punkte, oder? Das wird euch zum Schweigen bringen. Yes! Oh, guck mal. Felix kriegt ein bisschen was zurück. Nein. Kann ich ja noch mal aufräumen hier. Was machen wir denn damit? Ein sehr altes Schloss öffnen. Zack. Quests geschafft. Ey. So, gut. Nach wie vor ist die Frage, wie kommen wir da oben zu diesem Aussichtspunkt? Das kann doch nicht so schwer sein. Hier vielleicht. Äh. Äh. Ne, ne? Bringt... Oder? Ne. Ne, wir müssen irgendwie da hinten rüber. Aber... Das muss... Das muss doch da irgendwie... Ja. Ich geh das nochmal gucken. Many. ... Ja. So, da müssen wir rüber. Über den Baum, aber das ist ja auch Schwachsinn, ne? Und hier einfach. Jetzt fall bloß nicht runter. Normal google ich dann ja auch schon mal. Nein! Da habe ich hier irgendwas übersehen. Das kann ich jetzt auch nochmal checken, ansonsten kann mich der Punkt jetzt erstmal... Hallo Bruce. Aber hier hoch, das... Ne, das geht ja auch nicht. Das bringt ja nischt. Na. Hier... Barracuda schon wieder. Ne. Machen wir. Soll ich eben schnell nachgucken, wie man das macht? Oder... Äh... Weitergehen. Weil das ja sonst echt hier irgendwie... Toll ist der dicke Fisch auch noch da. Oh, nee. Kann ich noch nicht. Das ist ein Barracuda. Ich muss ja noch rausschwimmen, ne? Na ja, komm, wir gucken mal weiter. Früher oder später komme ich hier eh wieder hin zurück und dann... Was ist... Ist das immer? Trotzdem so nah und doch so fern. Oha. Kann ich auch. So. Äh... Warum? Wobei... Ne. Ich will erstmal weiterkommen. Dings konnten wir uns immer noch nicht holen. Also hier... Äxte. Was eigentlich ziemlich doof ist. Aber naja. Beim nächsten Händler dann. Hier wird was zu lücken. Was ist denn das? Erdrottschutz. Ah. Hier ist einer Händler. Warte mal. Ah, das sieht schon besser aus. Schrott verkaufen. Wie viel Platz haben wir denn? Ja, tschüss. Geht auch. Achso, das sind wir. Den machen wir mal an. Hm. Was? Was hat er denn gesagt? Wir brauchen einmal... Holzfäller-Axt. So. 36 Spitzhacken. Ah, das geht auch noch. Das Spitzhacken ist doch irgendwo was. Gold. Gold. Ja. Gold. Okay, macht die Skritt glücklich, indem er sie unterhaltet. Verlorene Schätze zurück mit Bedrohungen für ihre Höhle eliminiert. Jetzt müssen wir die Skritt glücklich machen. Naja. Machen wir mal ein paar Skritt glücklich. Okay, die haben aber echt ein kleines Kobold-Problem hier. Das muss aber auch schneller gehen. Was können wir denn hier mitmachen? Sammeln. Und den können wir dann... ...irgendwo hier abgeben. Gib mir den Kristall, du knirbst. Eindruckend. Ich wünsche, ich wäre schlau genug, so ein Glänziges zu finden. Was? Er hat versucht, die Gebrandmarken zu zähmen, die sich zum Angriff auf uns sammelt. Aber wenn Uldak die Horde der Gebrandmarken anführt, ist der agrakral stärker als hier zuvor. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt gehen. Schuss. Ähm. Oh. Warum? Ja, aber warum sollten wir denen das wegnehmen? Hat er es gesagt? Nein. Wir sollen ja glücklich machen. Hallo. Ja. Ja. Mach ich. Hier. Möge sich euer Wissen nähren. Zwei. Zwei haben wir schon mal. Sehr gut.